Fast 16 Meter lang und 28 Tonnen schwer. Das ist sie, die neue Freides von Heide und Erich Wilz, Deutschlands bekanntesten Langfahrtseglern. Ein Schiff, gebaut für die Ewigkeit. So scheint es zumindest, denn die Rheinke 16 M Ice ist für Fahrten bis in die extremen Regionen dieser Welt ausgerüstet. Noch beseitigt der 70-jährige Skipper fleißig Kinderkrankheiten seines Alu-Neubaus. Doch im Juli soll es schon wieder losgehen, zur achten Weltreise. Mehr als 300.000 Seemeilen haben die Wilz mit ihren vorigen beiden Rheinkes gleichen Namens im Kielwasser. Nach dem traurigen Ende der Vorgängerin im Tsunami von Japan im März 2011 stand schnell fest, ein neues Boot muss her. In der Vorpiek lagert jede Menge Material. Von Ankern mit 120 Metern Edelsteine, Stahlkette bis zu den 250 Quadratmeter großen Spinnackern. Der Innenausbau ist vor allem funktional. An die Messe schließt sich der Eignerbereich im Vorschiff an. Ach, dann gibt es drei Zweimann-Kabinen für Besuch. Angetrieben wird die neue Freides von einem 126 PS Mercedes Motor, der besonders eines sein muss. Pflegeleicht und zuverlässig. Die ersten Tests auf der Nordsee sind positiv verlaufen. Die Freides lässt sich mit ihren 120 Quadratmetern Segelfläche gut beherrschen. Es kann also losgehen. Die Freides ist wieder da. Den ausführlichen Bericht zur großen Langfahrtjacht der Wilz finden Sie übrigens in der Yacht 15 2012.